Morgen, Baymax. Baymax? Hallo, Mietz, Mietz. Ich bin Baymax. Ich bitte um Verzeihung. Bitte genießen Sie Ihre Rahmen. Dann wollen wir mal Baymax finden. Schnelles und unkontrolliertes Fahren sind einer guten Gesundheit nicht zuträglich. Ich schätze, ein Held hat wohl nie Feierabend. Ich wurde informiert, dass du medizinische Hilfe benötigst. Mein Knöchel. Als du sagtest, au, mein Knöchel. Als sie sagten, etai, ah. Als du sagtest, oh, nein, 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 ich werde sie jetzt scannen. Nicht scannen? Nein, es ist nicht so schlimm, wie es aussieht. Bleib bitte ganz ruhig. Du bist nicht ruhig geblieben. Bist du auch wirklich sicher, dass du das da unten hinkriegst? Mach dir keine Sorgen um das Café. Es wird alles gut gehen. dakika, du bist nicht ruhig. Ich werde es öde, ohne ein Töter. W chillig.